Rennsport ist was Kompromissloses. Das verlangt Präzision, die ich von meinem Team verlange und die ich auch von meinem Partner verlangen muss. Ein Versprechen hilft dir nichts, du baust dir Gewissheit und die Gewissheit fußt auf Verlässlichkeit. Erfolg im Rennsport findet nur statt, wenn sich alle aufeinander verlassen können. Der Fahrer auf das Team und das Team auf seine Partner.